Bevor das Video startet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in Zukunft bitte nur ein Entry sendet, weil es sonst blöd ist, wenn ihr mehrere sendet, weil ich kann nicht alle drei oder vier oder weiß ich wie viele ihr dann teilweise geschickt habt, nehmen, weil das wäre sonst gegenüber den anderen Teilnehmern unfair. Deswegen kann ich immer nur eins dran nehmen, alle anderen müsste ich in die Honorable Mentions packen. Ginge zwar auch, aber das wäre dann eventuell blöd, wenn ihr mehrere sendet, weil was in einem Video drankommt, ist dann blöd, wenn es in einem anderen Video nochmal dran nehmen würde. Das heißt, alle Entrys, die ihr jetzt zum Beispiel für die erste Episode geschickt habt hier, werden nicht nochmal vorkommen, das heißt, für die zweite müsst ihr neue Entry schicken. Und ja, also behaltet lieber die anderen Entrys für die nächsten Folgen auf. Danke. Hey Leute, nah und herzlich willkommen zur ersten Episode von Top 5 Game Designs of the Week. Ursprünglich sollte es ja nur ein Top 3 Game Designs of the Week Video werden, aber als ich dann gesehen habe, wie viele Entrys reinkamen, dachte ich mir, mache ich doch lieber ein Top 5. Deswegen habe ich auch das Top 3 Video nochmal runtergenommen und habe auch nochmal ein Nine Opener Design, wie ihr vielleicht schon gesehen habt und auch Counters gemacht. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt schon mal mit dem fünften Platz und ja, haut rein. Auf dem fünften Platz haben wir NextFruz mit einem Minecraft-Banner. Und ja, also ich mag eigentlich das Lightning. Ähm, der Text gefällt mir nicht so, ich weiß, er ist inspired by Surprise Artworks, aber ich finde, Surprise setzt diesen Text dann irgendwie etwas besser um. Ich weiß nicht, bei dir wirkt der Text irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich kann das gerade nicht erklären. Allerdings mag ich den Hintergrund sehr und ich mag es auch, wie du auf der einen Seite so ein Schwarz-Weiß benutzt hast und das scheint auch ein Minecraft-Wallpaper zu sein oder ein Minecraft-Screenshot zu sein, weil ich mich nicht irre. Und das andere ist farbig und scheint ein Real-Life-Bild zu sein. Oder irre ich mich da? Nein, das sollte ein Real-Life-Bild sein. Real-Life-Bild mit einem Berg und auf der anderen Seite Minecraft-Landschaft und Schwarz-Weiß. Das mag ich auch. Die Render-Effekte mag ich auch. Ich bin zwar nicht so der Fan von diesem smoothen, diesem ultra-smoothen Zeug oder wirkt das nur durchs Lightning so, keine Ahnung. Ja, also der Render gefällt mir ist allerdings, also bei dem Typen hier ein bisschen zu dunkel, finde ich. Und ja, wenn man jetzt mal nach Minecraft-Logik gehen würde, wäre der Render eigentlich unlogisch, weil der Creeper, Danny, das würde gar nicht klappen, der wäre schon längst explodiert. Also wenn du verstehst, was ich meine, aber darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern um die Render-Effekte. Ich finde, der Skin ist ein bisschen underbright, aber ansonsten geht der Banner eigentlich klar. Also ich finde, topf, also fünfter Platz auf jeden Fall verdient. Auf dem vierten Platz haben wir Yentrick-L mit einem Anime-Banner, Pokémon, für den Spielzelt. Und ja, also ich mag diesen Banner wirklich ziemlich, weil ich mag diesen, diesen verzerrten Effekt, diesen Schmelzeffekt, wieder wie das in Gimp heißt. Äh, Schmelzen, glaube ich. Ähm, ja, also ich mag diesen Text irgendwie übelst. Und ich mag auch generell irgendwie diesen Hintergrund, dass das halt, äh, er ist simpel gehalten, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie ziemlich geil, wie man auch die ganzen Pokémon so sieht. Hinter dem S zum Beispiel sieht man ja direkt Pikachu und so. Und ja, also ich mag diesen Banner-Style generell irgendwie ziemlich, also, fresher Banner, ich finde, vierter Platz echt verdient. Auf dem dritten Platz haben wir Pixelhofer mit einem Wallpaper. Ich mag die Idee von dem Wallpaper irgendwie, vor allem die Effekte hinter der Hexe und auch diesen Effekt in der Hand, was das sein soll, weiß ich jetzt allerdings nicht genau. Ich sehe jetzt kein Schwert oder so, das scheint, ja, der Typ scheint irgendwie super Kräfte zu haben. Und ja, also ich mag auch den Hintergrund ziemlich, auch wenn er nicht so groß bearbeitet ist, aber der Render soll anscheinend auch ein bisschen mit integriert sein. Deswegen ist das wahrscheinlich mit Absicht so. Und ja, also mir gefällt die Idee eigentlich. Ich hätte mir vielleicht etwas mehr Lightning gewünscht auf den, äh, Cinema 4D Render, den du mit reingemacht hast. Aber ansonsten ist der Banner ziemlich fresh und ich finde, dritter Platz, ja. Auf dem zweiten Platz haben wir Prixum mit einem Wallpaper. Und ja, also es ist ein Wallpaper, so ein Mix aus Real Life und Minecraft, sowas habe ich, by the way, in letzter Zeit öfters gesehen. Selbst mein Designer-Kollege Domtox hat sowas gemacht. Scheint wohl ein neuer Trend zu sein. Ich bin da noch ein bisschen out of date. Ich bin da noch ein bisschen veraltmodisch, was das angeht. Ich bin da noch nicht so auf dem ganz neuesten Stand, aber... Ich mag diesen Style irgendwie, ich hab das schon bei Epoch gesehen, ich hab schon bei Domtox gesehen, ich hab schon bei vielen Designern gesehen. Und ich mag das irgendwie auch. Das sieht irgendwie fresh aus, finde ich. Und ja, der Render gefällt mir auch ziemlich, äh, ich finde, ziemlich nice extruded. Was vielleicht ein bisschen komisch ist, für den Boden zumindest, also, und zwar bei dem einen Fuß, äh, nämlich beim, beim rechten unten, äh, der biegt sich ein bisschen weg, also, ich weiß nicht, der, der Render wirkt irgendwie so durch diesen Fuß unten, finde ich, wirkt der Render eher so, als ob der, als ob der gerade so nach hinten umkippen würde. So ein bisschen, also, wenn du verstehst, was ich meine, ich hätte das vielleicht mit dem Drehenwerkzeug noch ein bisschen anders gemacht, dass das, also, wenn du verstehst, was ich meine, dass das halt ein bisschen anders positioniert ist, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen besser, aber ansonsten finde ich diesen Render echt nice und ich finde diese Idee auch ziemlich nice und ja, verdienter zweiter Platz. Den ersten Platz belegt heute WackroDZN mit einem Minecraft-Banner für I'm Raim. Und, ich mag diesen Banner echt ziemlich, und ja, dieser Mix mit diesen einfachen, mit diesen simplen und dann plötzlich diesen 3D-A da, mit diesen 3D-Buchstaben in der Mitte. Ich weiß, dieser Style ist irgendwie, ich hab das auch schon mal ab und zu gesehen, aber nicht so oft, aber ich mag diesen Style. Und, ja, ich mag auch die Effekte auf dem Schwert und so und dem Hintergrund übelst nice, den Hintergrund mag ich auch sehr. Und er hat auch so Effekte auf den Augen, also das ist auch nice, hatten die anderen eigentlich auch alle, aber das hab ich vergessen jetzt zu sagen. Das einzigste, was bei Wackro vielleicht ein bisschen fehlt oder vielleicht, äh, keine Ahnung, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ich finde, du hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Render-Effekts auf dem Skin machen können, aber was mir auch noch gefällt, was ich gerade sehe, bei dem rechten Render, dieses Cape, das hast du so deformiert, mit diesem Eye-Warp-Werkzeug wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall sieht das auch ziemlich fresh aus. Und, ja, ähm, an sich, also jetzt im Gesamt mag ich den Banner echt mega und ich finde Platz 1 für diese Woche. Und, ja, so, Leute, das war's dann auch mit der ersten Episode von Top 5 Game Designs of the Week. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Entries in die Beschreibung packen. Ihr könnt auch gerne mal eure Rangliste erstellen, welcher Banner eurer Meinung nach der erste, der zweite und so weiter ist. Oder ob vielleicht nicht sogar einer von den Honorable Mentions vielleicht mit in die Top 5 kommen sollte. Oder, oder, oder. Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich natürlich interessieren. Und, ja, dann war's das auch. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.